Ja, meine Damen und Herren, in Tulln, in Tulln, in Tulln, da kann man was erst machen, ja, kann man ja spazieren gehen, ja, kann man Boot fahren, ja, kann man auch vieles machen, ja, in Tulln, na Johnny, ist doch klar, wenn zumal ich in Österreich kommst, ach ja, da fahre ich ja nach Tulln, in Tulln an der Tonne, ja, da kann man vieles machen, ja, Ja, jo, 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 es ist eine kleine Stadt, ach ja, neben einem Fluss, ach ja, das nennt sich ja Tütona, ja, Tütona ist der größte Fluss, ach ja, in diesem Land, ja, da kann man ja mit Schiff auffahren, ja, Ja, voll Tulln bis nach Deutschland, ja, oder du fahrst runter, ja, bis Bulgarien, ja, kann man alles ja besuchen, ja, ganz in den Tulln fahrst, ach ja, ja, in Tulln, in Tulln, ja, ja, ist eine Stadt, ein schönes Jahr, die ist schön gebohrt, ach ja, dann kann man spazieren gehen, ja, Ja, da kannst du diese Stadt auch mal aussehen, und sagst, hier wolle ich leben, ja, dann bleibst du für immer da, ja, ja, in Tulln, ach ja, haben viele bekommen, ja, sind ja geblieben, ja, wenn sie ihr gefallen hat, ach ja, ihnen hat's ja gefallen, ja, Ja, darum sind sie geblieben, ja, und in Tulln am Messe, ja, da kann man neue Sachen ansehen, ja, von der ganzen Welt sogar, die Tulln am Messe ist bekannt, jo, 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 da fahren viele Leute hin, jo, 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 Das Neueste, was gibt's auf dieser Erde, ja, wird ausgestellt sogar, darum fahren wir alle nach Tulln hin, und gingen in die Messe, ja, in Tulln, da ist es schön, ach ja, kann sogar baden, ja, ja, in der Tulln ist sowas, man hat sogar den Bad, Und in Tulln, dann ist es schön, kann man in Kerne spazieren gehen, und die alten, alten Päuser, ja, und sehen, um ist schöner, ja, und du sagst, in Tulln, in Tulln, ja, ja, kann man Radfahren, ja, so viele Radfahrer, ja, kommen hierher und fahren, ja, Ander Tulln entlang, ja, ja, fahren so viele Leute, ja, wir kommen von Deutschland an die Radholt, ja, und fahren runter ans Schwarze Meer, ja, oder rauf bis, bis Holland, ja, das ist doch wunderbar, Ja, ja, fahr mal Rad nach Tulln, ach ja, dann kann man so fahren, ja, in Tulln kann man Radfahren, ja, wunderschön, es wirklich war, Denn der Toner, Toner, ja, sieht man Tonerstrand sogar, und auf Nacht, was beleuchtet, ist auch, ja, schaut so aus wie Sternelauf, das ist so wunderschön, ach ja, Komm mal, mal nach Tulln, ach ja, 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 und dann wirst du es sehen da, ja, 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 ja.